MarbacheTV Hallo zu einem Quitti von MarbacheTV. Ich bin heute wieder am Panorama-Turm. Und heute ist Tag des offenen Turms. Die Aussicht ist wunderbar. Es ist jetzt alles barrierefrei zugänglich. Wird aber auch Zeit. Denn nächstes Jahr die Zeit gibt es den Turm nicht mehr. Darum, jene der am Rolli hierher möchte, ich habe gehört 10 Cent Rollstuhlfahrer und 2,50 mit Begleitpersonen. Es ist ein leistbares Vergnügen. Und die Aussicht ist ziemlich beeindruckend. Und wobei man spürt, wie der Turm wackelt. Also wer einen sensiblen Wagen hat, sollte sich das überlegen. Für alle anderen. Schnell vorbeischauen, bevor der Turm weg ist und der Bahnhof fertig. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.